So meine Lieben, jetzt zeige ich euch meine Puppenhausweihnacht. Alles wunderschön geschmückt, der Kamin brennt, der Weihnachtsbaum leuchtet, glitzert. Wie man sieht, wenn er sich dreht, glitzern die verschiedenen Kugeln. Da oben stehen noch Geschenke, aber wir sind schon längst am Auspacken. Hier ist die kleine Maus am Auspacken und freut sich, wie man sieht, ihre schönen Geschenke. Da haben wir noch eine kleine Maus, die hat ihre Geschenke auch auf dem Fuß sitzen zu fliegen. Und wir haben sogar ein Weihnachtsbild. Das habe ich damit reingemacht. Da haben wir eine Krippe. Eine kleine Krippe. Hier haben wir ein Weihnachtskissen. Der Hund ist auch dabei. Und hier werden Fotos gemacht, natürlich zu Weihnachten. Und da jetzt gerade die Musik aufgehört hat zu spielen, können wir das noch ein bisschen untermalen, indem wir das Radio anmachen. Wie man hört. Dann kann man auch noch ein bisschen Musik hören. So. Habt ihr mal so ein bisschen mein Weihnachtswohnzimmer gesehen, wie das jetzt aussieht. Und wie das vorher aussah, das wisst ihr, glaube ich. Haben wir mal schnell die Wand tapeziert für Weihnachten. Damit das auch so schön passt. Okay. Okay.